Liebe Leute, heute Abend geht's weiter mit The Voice of Germany, die Sing-Ops. Und zu Feier des Tages möchte ich euch was vorlesen aus meinem neuen Lieblingsbuch Forever Yours von dem großartigen Samu Hava. Achtung. So war es aber nicht. Ich zeigte auf meinen Arm und sagte, ich habe Hühnerhaut. Alle Coaches, das Publikum, der Moderator, übrigens ein sehr muskulöser und gut aussehender Typ, alle prusteten los. Was ist denn jetzt schon wieder, fragte ich mich. Ich versuchte, die Sache zu klären, noch mehr Gelächter. Es war wohl Max Herrer am Ende der Stuhlreihe, der mir die helfende Hand reichte. Nur eine kleine Bemerkung, Samu. Willst du sagen, du hast sowas wie Gussbombs auf der Haut? Ja, genau. Auf Deutsch. Nennen wir das Gänsehaut.